Die Späten Linien 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 Ich freue mich doch schon. Die will mich richtig, die Kleine, die will mich richtig. Wer bremst, verliert. Und zwei mit einmal. Ich komme nicht ran. Die Mucke dazu, wie in den 90ern. Wir sind mal ein Kartgame. Wo wer ist er denn? Eine Meldung von Soldaten. Einer ihrer Männer nimmt die Verfolgung auf. Wo stand er? Soll das heißen, er kommt? Bestürzen. Lass uns das hinter uns bringen. Sonst fährt er uns gleich mit über den Haufen. Was soll das denn jetzt? Warum bist du denn jetzt so? Also, die Sprüche sind schon geil im Spiel. Hier muss man schon sagen. Sprich ist das schon nice. Man will irgendwie immer wieder, also immer wissen, wie es weitergeht so. Juhu! Frischloch! Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein! Zu den Abstellgleiten. Hm. Nur schade, dass meine Spritztür mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören! Hahaha! 21 soll der sein und die, wie alt ist sie? Die wirkt noch sehr unreib. So geht's ja nicht! Ja! Kass! Hilf uns! Kass! Vereinung! Das trinkt man ja richtig mit Gänsehaut! Nichts! Was soll das? Wie lange ist denn dieser Tunnel? Das ist ein Kreis! Hahaha! Ja, was has wuer? Ich liebe dieses Spiel, auch wenn die, äh, Gesten manchmal übertrieben sind. Also bis jetzt bin ich echt positiv überrascht. Macht schon Spaß. Das hat Alan Finn. Alter, übertreib halt deine Rolle. Alter, der kann doch auf Flatland. Du darfst mal die Schnauze halten. Sei vorsichtig, oder was? Mit einem Rennen? Redest du mit mir? Ich bin denn sonst. Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören! Du bist so langsam! Deine Worte kommen bei mir nicht an! Wer gibt's, der Typ? Ausgezeichnete Frage, junge Dame! Die Leute nennen mich Loo-Chain! Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeits-Junkie. Du hast ja doch... Deine höchste Stimme kommt bei mir an, Kleine! Oh, ist sehr ewig. Herrlich! Ich hab jetzt schon richtig viel Spaß! Ja, interessant. Was macht der Typ? Er ist ja nicht auf, scheint die neue Stache. Ja, nicht übel. Ich sehe die Polizei und liebe zum Motorrad. Doch noch wärst du nur, statt das Fahren zu leben! Ein Motorrad ist weit mehr als nur ein Transportmittel. Es kann zu einem Teil von dir werden. Du musst es nur zulassen. Komm runter jetzt! Weg ist er! So, gib mir einen kleinen Liebesbeweis! Ja, ja, ja. Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen! Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen! Möge der bessere Triumph wie ihn! Na, wie ist das? Verrückter Dude! Hatte das Original auch so viele Videos sehen? Weiß das jemand? Das war's wohl, vorerst. Nächstes Mal. Tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Er sollte auf jeden Fall in den... Schweinebacke! Er sollte auf jeden Fall in den Zirkus. Gut gemacht. Dem hast du's gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Was, Jesse ist 23 und wie alt es klaut? Die Mucke, Alter. Nicht mehr ganz so das Großmaul. Hat die mir grad nen Pussy gegeben? Oha! Oha! Also er ist 21. Jesse auf dem Moped hinten drauf ist 23. Und Tifa ist 20. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Leute, da geht was. Da geht was, Leute. Da kriegst du's. Da kriegst du's. Da kriegst du's. Da kriegst du's. Früher waren Videosequenzen Mangelware, nicht wie heute. Krass. Also früher hat's nicht so viele Videos gegeben. Das heißt, die haben alle Videos quasi neu gemacht. Find ich aber geil. Ich bin definitiv Team Jesse. Leute, wie findet ihr besser? Jesse oder Tifa? Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Mit einem Zaubertrick. Ach, das war der Zaubertrick. Ne Hebel rum. Hab ich nicht sagen mit Spoiler. Hallo Lieutenant Rea. Ne Lunden Rea. Lunden Rea. Lunden Drea. Jetzt hab ich's gerafft. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns gings, dank den Makro-Reaktoren, eigentlich immer ganz gut. Maria hat mich durchschaut. Ich bin Team Tifa wegen ihrer Strapse. Definitiv. Hab ich gleich Sternchen in den Augen. Guck mal, aber schönes Wohnviertel hier, wenn man mal so guckt. Bisschen wie Harry Potter, oder? Ja? Haha. Seht mal. Das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist ne Spießbürgerin, wie sie in Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jesses Mutter macht uns immer was zu essen. Egal wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Nun jetzt? Gut. Los geht's. Cloud? Du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Jetzt stellt sie mich schon ihren Eltern vor. Oh. Oh. Du hast du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Ach. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleicht dich in mein Haus. Und klaust was, okay? Oh. Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf. Was liegt im Zimmer? Das ist das Zeichen. Na dann. Na dann. Na dann. Exitatum und, äh, Tangron. Vielen Dank für eure Follows. Ich hab mal die Alerts aus, weil jedes Mal, wenn hier Videos kommen und da kommen Alerts, ist halt ein bisschen scheiße. So. Irgendwie hat das Spiel ganz schön viel mit Katzen zu tun. Geht das nur mir so? Überall sind hier Katzen. Äh. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Okay, rechte Seite, Leute. Was ist, wenn ich nicht in die Vordere gehe? Geht das überhaupt? Tut mir echt leid, dass wir so spät stören. Ach was, das ist doch dein Zuhause. Wir machen ordentlich Krach und versuchen meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Ach, das siehst du schon selbst. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bring das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Oha, ähm. Dann ist doch der Vater dran, Leute. Lesen. Klar. Ja. Lieber Papa, liebe Mama. Geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Goldsauce eine Rolle bekommen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle. Jessie. Was? Du bist ein echter Profi in Sachen Pizza geworden, Mama. So. Wo finden wir jetzt die ID-Karte? Vielleicht da drinnen? Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Keine falsche Zurückhaltung. Ach, war klar. Nichts für ungut. Hurra! Vielleicht macht Cloud auch Barret. Hahaha. Aber ich finde, Jessie ist auch ein bisschen... Die ist halt echt kindisch, so muss man schon sagen. So, jetzt haben wir einen Diebstahl begangen. Das wäre erledigt. Und du willst im Goldsauce bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nähert die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Wo ist das Pizza im Maut? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss. Und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht klaut nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast zerfasst. Du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast zerfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Ha. Zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals und Beinbruch. Gut. Starten wir das Ablenkungsmanöver. Du hast ja Jesses Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an der Mako-Vergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Goldsauce... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch. Red bitte weiter. Oha. Jesse wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung, ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in der entlegenen Ecke einfach um. Und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Makolache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jesse angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen. Und hat sich Avalanche angeschlossen. Jesse glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Mako im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Mako zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Aber echt überall Katzen, ne? Zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ich muss ja sagen, Leute. Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Jetzt müssen wir warten, bis Jesse uns das Zeichen gibt. Es ist so ruhig hier. Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Hä? Da ist uns wohl jemand zuvor gekommen. Das war aber nicht Jesse, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Okay. Ne Leute, was ich sagen wollte, äh, bis jetzt sehr positiv überrascht und macht echt Spaß zu spielen. Jesse wird sich irgendwo von hinten an sie ranschleichen. Wir müssen warten. Können ja nochmal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind dir nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Bescheid. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Hä? Was ist denn mit euch verkehrt? Als ob ich noch was brauche. Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Aufs Maul. Keine Zeit für lange Spaziergänge. Hä, warte denn jetzt. Ich will weitermachen. Komm, weiter jetzt. Weiter. Da. Ja, bin ich dabei. Bereit für den Kampf? Yes, Leute. Aufs Maul. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Jetzt hat er wieder Hallos. Boah, der Himmel. Geiles Bild. Oha. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden. Genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Jetzt küss sie endlich, Mann. Was ist denn mit dir verkehrt, Alter? Okay. Versprochen. Oh. Oh. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Oh. Uh-uh.